Herzlich Willkommen am Weihnachtsmarkt 2014 hier in Konstanz. Heute wunderbares Wetter hier, Samstagabend oder Samstagspätmittag. Wir schauen einfach mal, was hier los ist heute in Konstanz. Wir freuen uns drauf am 3. Advent. Die Weihnachtszeit beginnt. Was kaufen die Leute? Wie sind sie drauf? Lassen wir uns mal überraschen. Die Laura, sei gegrüßt. Hallo. Was machst du hier in Konstanz? Ich studiere hier und heute bin ich hier da von PETA. Und zwar bin ich gegen dieses Ponykarussell und versuche hier Flyer zum Verteilen und darauf aufmerksam zu machen, dass so ein Ponykarussell alles andere als Spaß ist für die Ponys. Okay. Und was ist die Resonanz von den Leuten so? Was meinen die? Also viele fühlen sich, wenn ich direkt hier vor dem Ponykarussell stehe, eher ertappt, habe ich das Gefühl. Die möchten es gar nicht so richtig wissen. Aber oft sagen sie dann auch, oh, die hat gar nicht so Unrecht und wir lassen das lieber. Wie ist das für die Pferde hier? Also das ist unangenehm oder nicht gut? Ja, also man hört es ja wahrscheinlich selber schon hier. Es ist ziemlich laut. Und die Ponys, die sind hier den ganzen Tag, die sind eng aneinander gebunden, haben den Kopf die ganze Zeit so in Ausbinder drin, müssen den ganzen Tag in der gleichen Richtung laufen. Das verursacht Gelenkschäden. Und wenn sie dann mal abends Feierabend haben, dann sind sie auch nicht unbedingt immer auf irgendeiner großen Wiese. Okay. Alles klar. Dann viel Erfolg dir. Und wir finden es natürlich stark, dass manche so gegen das System ein bisschen sind. Alles klar. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Auf dir gleich selbst. Tschau. So, Petra ist gerade an mir vorbei oder an uns vorbeigelaufen und hat gesagt, Kamera, Mikrofon, was macht ihr? Richtig. Ja, richtig. Glühwein trinken. Ja, wir. Das tun wir. Was macht ihr? Ja, wir moderieren am Weihnachtsmarkt. Und was habt ihr für einen Sender? Und wir sind Seejet. Was ist das? Das ist die Bodensee-Community. Ah, okay. Und wenn wir jetzt gerade mal hier sind, woher kommen ihr? Aus Lauf. Ist das in Deutschland? Ja. Wo ist das? Ja, in der Nähe von Acharn. Karlsruhe? Acharn. Karlsruhe, okay. Karlsruhe. Und hier heute einen Ausflug nach Konstanz gemacht. Ja, genau. So einen Weihnachtsmarkt. Ja. Okay. Mit einem Doku und sieben Flaschen Sekt. Okay. Und nur so eine Mädels-Truppe. Genau. Ach, Mädels. Okay. Wir schauen mal. Seid ihr mit dem Bus hierher gekommen? Mit dem Zug. Mit dem Zug. Okay. Heute wieder nach Hause, oder? Ja, leider. Okay. Habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke? Nein. Nicht, weil ich wollte nämlich fragen, ich habe nämlich noch nicht alle und jetzt wollte ich mal so Tipps für Weihnachtsgeschenke. An welchem Ende kommt das überhaupt für? Auf Seet-Chat. Haben wir das? Seet-Chat. Hallo. Ja, okay. Ja, Tipps für meine Frau oder für wen? So allgemein, was sind schöne Weihnachtsgeschenke? Sag mal. Äh, der Vibration. Wie heißt denn das Ding da? Der Dildo? Wie heißt denn der Dildo? Ein Dildo? Ein Dildo. Ja. Bei Beate Huse, wir haben vorhin so einen Gutschein bekommen, da können wir was einkaufen. Okay. Für wie viel? Ja, Paar-Vibrator. Für, keine Ahnung. Okay. Paar-Vibrator. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Paar-Vibrator. Okay, wir halten das mal so fest. Paar-Vibrator. Schönes Weihnachtsgeschenk zum Beispiel. Wer es mag, viel Spaß. Ja. Das ist, so sieht es aus. Also pass auf, so sieht ein Paar-Vibrator aus. Haben die gesagt? Keine Ahnung. Stimmt das? Nein. Das sind Schokofrüchte. Benutzt halt. Benutzt. Benutzt. Okay. Wir werden an dieser Stelle mal abbrechen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Und bis dann. Ciao. Jetzt bei mir sind hier Laura, Iwana und Samantha. Woher seid ihr? Ich bin aus Daisendorf am Bodensee. Okay. Und ich aus Meersburg. Hulding. Okay. Und ihr habt euch hier in Konstanz getroffen und macht ein bisschen Weihnachtsmarkt. Ja. Wie gefällt es euch hier? Ich finde es voll schön hier. Vor allem die Lichter und die Schokofrüchte. Aber es ist doch ein bisschen zu warm, oder? Ich finde es ganz gut, wenn man nicht zufrieden muss, uns nicht regnet und mal wieder schönes Wetter ist. Okay. Ja, was habt ihr noch vor heute ein bisschen? Ja, wir bleiben noch ein bisschen hier und... Habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke? Ja. Zum Teil. Ja, waren wir gerade. Okay, wir sehen da unten, die Tüte ist voll. Mal schauen. Vielleicht ist ja was für mich dabei. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und schöne Weihnachten. Tschüss. So, der Alex bei mir. Hallo, hier in Konstanz. Woher kommst du? Ich komme aus Meersburg. Aus Meersburg. Und öfter mal hier in dem Fall? Ja, also jetzt zum Weihnachtsmarkt. Jetzt dieses Jahr das erste Mal. Aber ich werde noch öfters kommen. Also es ist richtig witzig hier. Ja. Du bist der dritte. Okay, also fast nix. Naja, ich bin sparsam. Okay. Was ist so bei dir so, Alex, Weihnachten so, was schenkst du deinen Lieben? Also so undercover? Undercover. Also mein kleiner Neffe, der kriegt zum Beispiel schon mal einen Sandkasten. Okay. Ja, der steht da total drauf inzwischen. Aber über die anderen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also noch keine Einkäufe getätigt bis jetzt? Nö. Ich bin immer so einer, der sagt, last minute Einkauf ist immer fertig. Am 24. am Morgen? Nee, nee, nee. So 22. 23. Okay. Ich stehe auf den Stress. Alles klar. Ja, das ist aber immer so, ne? Am Ende des Jahres, man wartet und dann irgendwann ist es halt so weit. Ja. Nee, aber ich habe auch einiges an Verwandtschaft, meine Schwägerin, meine Brüder. Aber wir werden uns auch zusammensetzen. Was schenken wir den Eltern? Was schenken wir dem Opa? Wir werden uns ja erst zusammensetzen und dann... Und die neuen Vorsätze, so fürs neue Jahr, du hast Glühwein, du rauchst, so nebenher ein bisschen, man sieht's. Gibt's da was? Beides auf jeden Fall nicht aufhören. Es bringt eh nichts, das vorzunehmen, hat noch nie funktioniert. Ja, vielleicht mal eine Frau finden. Alles klar. Auf diesem Wege vielleicht, bei Seetjet. Ja, vielleicht. Aus Meersburg, hier ist er, der Alex. Du suchst, wie soll sie aussehen? Ja, Charakter muss stimmen. Aussehen habe ich noch nie beurteilt. Vielleicht meldet sich ja jemand bei Seetjet oder bei Alex. Ganz einfach. Es muss passen. Wie alt so? Von bis? Von bis, äh... Also, ja, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber... Ja, ich sag mal so 22 bis 35. Alles klar. Wenn sich jemand melden will, an dieser Stelle Seetjet TV oder, ja, in Meersburg ein paar Flyer verteilen. In Meersburg bin ich bekannt. Alles klar. Einfach nach mir fragen. Schöne Weihnachten euch und guten Rutsch. Takk, danke Dankfals. Ciao. Ich bin so schnitt, ich bin so schnitt. Untertitelung des ZDF, 2020